Ich bin Yannik, das ist Niklas, wenn ich den Herrn mir so vorstellen darf. Wir sind RideUp, bzw. sind Teil des Teams RideUps und wir haben ein System entwickelt, wie wir Menschen zu mehr Nachhaltigkeit bewegen wollen und wir wollen Menschen fürs Fahrerfahren belohnen mit ökologischen Produkten und das Ganze aber in Form einer Plattform, wo sich ökologische Unternehmen und ökologische Nutzer letztendlich treffen und somit mehr Aufmerksamkeit für das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit generell zu stärken. Das wollen wir viel vom Nutzer abhängig machen, das heißt, der Nutzer sagt uns, was ich dann am Ende halt bekommen soll, aber ansonsten kann das natürlich alle möglichen Produkte halt sein. Wir wollen uns natürlich erstmal auf ökologisch produzierende Unternehmen halt fokussieren, da aber an sich auf keine spezifischen Produkte. Also das kann jetzt A von der Dienstleistung sein, dass eben der Kaffee gewisse Prozente günstiger sind, aber auch wenn letztendlich ein technisches Produkt ökologisch hergestellt wurde, dann kann auch das vergünstigt hergestellt bekommen. Das hängt dann vom Nutzer ab. Und genauso natürlich auch Spenden, dass wir natürlich Spendenaktionen uns da irgendwie beteiligen möchten und man das oder seine gesammelten Coins da natürlich auch noch einlösen kann. Sport. Ja, an sich immer Sport. Also man sagt es sich auch immer so einfach, wenn man dann morgens aufhocht, ist es nicht ganz so einfach, aber Sport, definitiv. Da bist du direkt Vollgas bei der Sache. Eigentlich hätten wir Fahrradfahren sein müssen. Das hätte dann aber zu... Das wäre too much. Ja, too much. Das ist aber offensichtlich. Okay. Ja. Passt.